Hallöchen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, endlich gibt es mal wieder was von mir, was nicht fast schon ein halbes Jahr alt ist, beziehungsweise schon ein halbes Jahr alt ist, sondern mal wieder was aktuelles, denn ich drehe jetzt gerade Anfang April. Ich habe das Video mit Mitte April online kommen, also relativ aktuell, denn ich dachte, es ist mal wieder Zeit für ein Live-Update. Das haben schon sehr, sehr, sehr viele immer wieder auf Instagram gefragt und so, wie es weitergeht. Und ich habe jetzt noch zwei Videos vorgedreht, die jetzt nach diesem Video online gehen. Da habe ich es auch noch mal kurz angeschnitten, aber jetzt einfach noch mal grob, was die letzten Monate seit der Weltreise passiert ist und was in Zukunft passieren wird. Am 20. Februar war die Weltreise vorbei. Ich bin aber tatsächlich wieder aber nicht abgestiegen, sondern ich bin noch mal zwölf Tage für die nächste Reise geblieben, denn ich habe an Bord meinen Freund kennengelernt und der war eben noch eine Woche da. Er war der Braumeister auf der Weltreise und dann bin ich noch die Reise geblieben. Ich habe bei ihm unten auf der Kabine gewohnt, habe darüber auch noch mal einen Vlog gemacht. Der wird dann aber irgendwann nach den Weltreise-Videos online kommen. Ja, dann sind wir gemeinsam abgestiegen. Wir waren noch mal eine Nacht in Hamburg und dann waren wir zwei Nächte in Rostock. Da war ich eben noch mal beim Hauptsitz von AIDA, hatte dann noch mal so ein paar Abschluss-Meetings. Ja, dann war ich noch ein paar Tage bei meinen Großeltern. Dort hat mich meine Freundin abgeholt. Dann waren wir noch ein paar Tage bei seiner Familie und dann bin ich heim, also nach München gefahren. War noch mal eine Woche hier und dachte so, yo, ich mache jetzt voll viel Videos schneiden und alles und vorproduzieren und irgendwie habe ich gar nichts geschafft, weil ich einfach mich mit so vielen Freunden noch mal getroffen habe und so. Und es war aber auch richtig schön, deswegen. Ich habe es jetzt immer geschafft, dass es jeden Donnerstag pünktlich ein Video kam. Also, genau. Ja, und dann hat er mich hier eben besucht. Dann war er ein paar Tage hier. Waren mal in der Stadt zu shoppen und was haben wir eigentlich so gemacht? Ich weiß schon gar nicht mehr. Naja, und dann waren wir jetzt gemeinsam auf den Malediven. Also wer mir auf Instagram folgt, eben auch bei SarahXAlegria bei meinem offiziellen Account, der hat mich auch gesehen. Wir waren da auf dem Malediven zusammen eine Woche und jetzt sind wir seit vier Tagen wieder zurück. Also wir waren über meinen 21. Geburtstag da und dann sind jetzt zurück und waren eben auch nochmal in der Stadt nochmal mit meinen Großeltern Abschiedsessen und so. Und jetzt habe ich ihn jetzt zum Bahnhof gebracht, deswegen sehe ich auch noch ein bisschen verheult aus. Ja, denn er ist jetzt wieder nach Hause gefahren und ich ziehe ab morgen nach Andalusien. Das ist eigentlich auch nicht so spontan. Also ich hatte im Dezember diese Stelle gesehen eben in einem Hotel, in der gleichen Hotelkette, wie ich eben auch schon als Animateur gearbeitet habe auf Fuerteventura. Ich wollte ja auch unbedingt nach Fuerteventura wieder und dachte so, am coolsten wäre es natürlich, wenn ich da diese Stelle machen kann. Aber da war die Stelle eben schon besetzt. Mittlerweile ist sie wieder frei, aber naja, das Leben kommt manchmal so, wie es kommt. Ich hatte da eben zwei Vorstellungsgespräche, es war ein bisschen schwierig auch mit dem Internet an Bord und habe dann auch eine Zusage bekommen, war mir aber halt noch total unsicher, weil ich dann eben in der gleichen Zeit meinen Freund kennengelernt habe. Aber ich war halt am Anfang jetzt nicht so auf, okay, wir kommen auf jeden Fall zusammen und so, sondern wir hatten halt an Bord, genießt man halt einfach die Zeit und lebt im Moment und wir hätten es glaube ich beide nicht gedacht, dass wir wirklich nicht mehr so voneinander loskommen. Und ich habe halt auch lange überlegt, wie ich es mit AIDA weitermache. Ich hatte ja einen Einsatz auch als Scout wieder gehabt. Also ich hatte wirklich viele Optionen. Mein Freund, der geht jetzt nach Australien. Also ich hatte die Möglichkeit, entweder ich gehe mit meinem Freund nach Australien oder ich gehe als Animateur nach Fuerteventura oder ich mache das, was ich jetzt mache oder ich gehe als Scout auf die Luna, was eigentlich geplant wäre oder ich fange in Rostock an bei AIDA. Das waren meine Optionen. Das war wirklich keine leichte Entscheidung. Aber dadurch, dass dieser Job in Andalusien jetzt eben befristet ist, habe ich mich dann dafür entschieden, weil ich mir dachte, okay, dann habe ich jetzt das bis November und die meisten Optionen stehen danach auch noch. Und ja, will eigentlich wahrscheinlich dann ab oder eigentlich ziemlich sicher ab November nochmal nach Australien, wenn mein Freund da eben noch ist. Der macht so Work and Travel und dann schließe ich mich noch ein bisschen an und dann mal schauen. Also ich schließe es überhaupt nicht aus, wieder an Bord zu gehen. Ich habe jetzt meinen Festvertrag quasi gekündigt, aber ich könnte natürlich ganz normale Saisonverträge weiterfahren. Und vielleicht mache ich das. Vielleicht bleiben wir in Australien, wenn es uns da gefällt und wir ein Visum kriegen. Vielleicht ziehen wir nach Rostock, dann würde ich da bei AIDA arbeiten. Es sind auf jeden Fall noch sehr viele Optionen offen und ich bin gespannt, wo es hingeht. Aber ich dachte, ich bin euch mal so ein kleines Live-Update schuldig, weil mich schon alle immer fragen, wie geht es weiter, wie geht es weiter, wie geht es weiter. Ja, deswegen erstmal ohne Schiff. Ich bin mal gespannt, wie es mir damit geht, weil es halt schon ein riesen Lebensabstand von mir war. Und ja, auch mein Haupt-Content jetzt hier rüber geht. Aber wie gesagt, ich schließe es nicht aus und selbst wenn ich nicht mehr als Crew an Bord kommen würde, würde ich definitiv noch Urlaub auf AIDA machen und werde da auch noch vloggen und so. Also ihr werdet auf jeden Fall noch AIDA-Content auf meinem Kanal sehen, aber eben auch noch mehr Content von Spanien, Australien und so weiter. Aber jetzt zu, was hier auf diesem YouTube-Kanal passiert, ich habe natürlich ganz viel vorgedreht, das habe ich jetzt auch in den Videos, die danach kommen, nochmal angekündigt. Ich habe natürlich die Einzelvideos, die auch in den AIDA-Vlogs vorkommen, ich habe Video-Tagebuch geführt und habe mir halt überlegt, als ich das zwischen immer so zwischenmoderiere, dass ich quasi von hier aus oder dann halt von meinem Zimmer in Andalusien aus halt immer so ein bisschen noch erzähle, was noch, so an Side-Stories irgendwie, was wir an dem Tag noch erlebt haben, was wir noch gesehen haben, wie ich mich da gefühlt habe und solche Sachen. Ich dachte, es wäre ganz cool, dass man noch so ein bisschen mehr private Einblicke auch von der Weltreise bekommt und die Videos werden auch definitiv länger als die 10 Minuten, die es bei AIDA sind. Das heißt, wenn du dich jetzt wirklich nur für den Content auf dem Schiff und von den Zielgebieten interessierst, dann schau dir am besten einfach die Videos von AIDA an, aber wenn du auch so ein bisschen das Crew-Life dahinter haben willst oder ja, meine persönliche Entwicklung, wie ich meinen Freund kennengelernt habe und das alles, das erwartet dich auf jeden Fall hier dann in Kürze auf diesem Kanal. Ja, das heißt, die Sarah Cross the Seven Seas Playlist ist jetzt erstmal vorbei. Also die Playlist jetzt eben von den Scout-Videos auch noch und es geht jetzt weiter mit der Wild White Playlist. Das heißt, nächste Woche seht ihr nochmal so eine schöne Zusammenfassung von meinen Lieblingsmomenten, meinen Lieblingsaufnahmen. Das nennt sich dann in sieben Minuten einmal um die Welt. Und dann geht's los mit den Weltreise-Videos. Das heißt, bleibt auf jeden Fall gespannt. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr euch auch für ein bisschen Content aus Andalusien interessieren würdet und arbeitet da. Ich hab's noch gar nicht richtig gesagt, glaub ich, als Destination Content Manager. Das heißt, ich mach da eben auch Content für die Social-Media-Kanäle. Das heißt, so ähnlich wie ich auch als Weltreise-Reporterin gemacht hab. Hab ne Fünf-Tages-Woche, hab da mein Einzelzimmer im Club und hab da auch All-Inclusive. Ich bin sehr gespannt. Ich freu mich an sich wirklich doll. Also, dass ich dieses Gespräch hatte, ich hab mich echt auch drauf gefreut. Aber jetzt natürlich auch ein bisschen komisches Gefühl, dass mein Freund jetzt weg ist. Und ihr müsst euch vorstellen, wir haben uns im Dezember angenähert, sag ich jetzt mal, an Bord und haben halt seitdem insgesamt eine Woche oder so untereinander verbracht, wo er dann halt zu Hause war und ich hier war oder bei den Großeltern waren. Sonst haben wir wirklich, seitdem wir uns kennen, jeden Abend in seinem Bett geschlafen und uns jeden Tag gesehen und so. Wird natürlich schon irgendwie eine Herausforderung für meine Gefühle und so. Aber ich freu mich trotzdem drauf. Und ja, es ist ja nie irgendwas Finals. Man kann jederzeit alles kündigen und irgendwo hinreisen, solange er nicht wieder hier gewohnt kommt, ne. Naja, aber das sind auf jeden Fall die Pläne. Ich find's super interessant, weil ich hab vor einem Jahr ja so ein Video gemacht, wo ich grad meinen Koffer gepackt hab und so ein Pack-and-Talk-Video irgendwie gemacht, so von meinen Plänen so reisetechnisch. Und find's eigentlich ganz cool, wie sie es jetzt so entwickelt hat. Ja, so sieht mein Jahr 2023 jetzt aus. Ich hoffe, dass ihr mich auch weiterhin verfolgt und ich werd auch gerne trotzdem nochmal Videos über das Crew-Leben machen, wo ich da noch ein bisschen was erzähle. Ich hab mir auch überlegt, dass ich auf Instagram eine Umfrage mach, was ihr so klassische Klischees irgendwie, die man so hat, wenn man an Crew-Mitglieder denkt und das so ein bisschen aufklärt. Oder wenn ihr irgendwelche Video-Ideen nochmal zum Crew-Thema habt, dann schreibt das eben auch gerne in die Kommentare für mich. Aida ist ein großer Teil von mir gewesen. Ich will da immer noch gern drüber reden. Ich mach da immer noch gern drüber Videos. Das heißt, ja, wenn ihr da Bock drauf habt, wird der Content dahingehend auch nicht aufhören oder ich interviewe mal ein paar Freunde vom Schiff oder so. Aber das war's jetzt erstmal zu dem Video. Geht mir gerne einen Daumen nach oben für viel Glück für die Zukunft an Land erstmal. Und ja, gerne wie gesagt kommentieren, ob ihr auch auseinanderloseen Content wollt und was so generell eure Wünsche sind. Und ja, abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen uns das nächste Mal. Tschüss!